Willkommen zurück zu Let's Play The World Ends With You, irgendwie hat jeder glaube ich ein Level abbekommen, bis auf der hier, konnte ich nicht sehen, und der hier hat sich entwickelt, letztes mal hier stehen geblieben, ich wollte eigentlich die ganzen Kapitel durchgehen, aber daraus wird nichts, ich musste von hier hinten nachspielen, denn, ja, wenn man wechselt, fängt man das Kapitel von vorne an, dachte ich mir irgendwie schon, aber egal, und ich muss in jedem dieser Kapitel das erledigen, das heißt, Nosegrasses, bekommen, woher auch immer, und so, und dann bekomme ich den neuen Bericht diesen Tages, ich muss diesen Bericht hier haben, dann die Schweine, Nose besiegen, und Cedars, hier flüße Monumental Fury, ich frage mich immer noch, woher ich das alles, nicht auf den Felsen, ja, woher ich das alles machen muss, ich muss gucken, ob ich das irgendwann mal mache, das kann sehr lange dauern, noch länger als bei Clendid, denke ich, Ja, aber auf jeden Fall, äh, musste ich hier von Beat the music type das erledigen, äh, Schweine, Nose hier gucken, da habe ich noch nicht gesehen, wo überhaupt eine ist, das muss ich dann mal drücken, äh, wäre gut, wenn ich das jetzt so noch sehe, ich weiß nicht, ob man es mehrmals durchspielen kann, und wenn man einzeln dann alle abpacken muss, oder ob man alles zusammen machen muss, ich habe keine Ahnung, und vorher noch, ich bin an Skype of Online, also nicht wundervoll, als man weiß es ist, ich hoffe nur, keiner ruft mich an. Ich habe zwei Leute, die es tun wollen, weil ich auf Online bin, na, na, einige sowieso, ohne Online, aber egal. Who comes with this fear, this stage is dark as a, ah, ich weiß wenigstens, wo ich hier hin muss, aber trotzdem, ultimate enemy, ja, so ein Spiel muss natürlich einen ultimativen Gegner haben. Ach, ja, aber jetzt wollen wir hier erstmal weitermachen, mein Akku geht bei Leia, aber egal, ich tue mir noch nicht rein. Hey, Rasha, oh, it's you, kid, eh, eh, you kid. How goes? Hey, mister, is Dr. Pin here? What do you want, Junior? Hey, why so long faces? Uh, this... Die Devo, die wir du bist. Was ist denn das für ein Satz? I'm gonna get Dr. Pin to fix it. Then we're... He can't. What? This is beyond Juniors ability. It's even beyond mine. Plopp. Und, wie wird's jetzt spielen? Alright, Sir, das sagt nicht Negu. Ha, ich bin gut. It's about time you told us the truth. You're trippin' Pinky. I just wanna eat my curry. Brother ain't a liar. Brother's a ramen man. And, he makes good curry. A ramen man who can make curry. Yeah, curry. What more do you need? Yo, I need more curry, man. Yo. He knows too much about Tin Pin. He can't size up any pin at a glance. Und ich hoffe, meine Mutter kommt jetzt hier grad nicht rein. Sie schreit rum und so weiter. Warum auch immer. Selten eigentlich, ja. Sir, are you... Yes. Alright, you got me. I... I created Tin Pin. And now you invented word ramen? Yes. That is the feather of Tin Pin. I can't be here to see it used for evil. You must stop then. Mister... I will do it. I lost Red... Oh, that's what he says. Although Nicu moved, or was that just for my... Oh, no. I lost Red Kaiser, but... But not my love for Tin Pin. And then we'll continue. Thanks, son. I knew I could count on your kids. I'll get by somehow. It's not like Red Kaiser really did anything. Nothing? It was like Lucky Jock. Bracing. Lucky Jock, do help give you confidence. So take mine. You need them more than me. What the hell? Darher kommen die Farben. Na gut, es fehlt pink und schwarzes Weg und... Wieso bunt? Ich hätte die Grün gerne. Danke. Woah, wie so... Ich wusste, dass er das Airborne nimmt. Er hat ja gesagt, alle Farben. Oder so. Ich wusste, dass er das Airborne nimmt. Er hat ja gesagt, alle Farben. Oder so. Of course, it was meant for you. Also nicht pink. Okay, pink is now rainbow. Wie vorher alle Farben. Moment. Ah, just look at this handiwork. So. Yeah, they're actually pretty hell. Woah, just having it on makes me feel badass, yo. Oh, and the color set. These prototypes must have caused a fortune. I can see why they were cut. Try us on, Blue. I want the green, damn. This isn't happening. Surely you wouldn't snub this man's generosity. Only a monster would do that. Freak'n rainbow. Fine. Let's still use the black one, though. Rhyme. Okay, dass da jetzt noch schwarzes übrig ist, ich spoiler nicht, weil ich das blind, äh, weil das blind ist sowieso, aber ich, blind heißt nicht, ich kann meine Gedanken schweifen lassen. Das bedeutet, das bedeutet Rhyme ist nicht wirklich Betrögerin, sondern Doppelspion, oder wat nu? Ich meine, schwarz, sechs Stück, müsste doch eigentlich noch eine sein, ja? Aber der Typ hier, der das gemacht hat, hat's ja nicht mitbekommen, ist so rein schwarz. Das ist so rein. Ja. Ja. Black was a spy. Und warum mein Headz? Baaah! Headzett. Oh, gut, gut. Hat sich... ...eh, fackler mitzog. Black was a spy. We'll leave it here. Now I carry it. Ich wusste es, was kommt. Beat? Brhyme ain't, she ain't a bad person. I must have frosted you. Whatever, keeps your happy yellow. Blue already has the emo position fill. Ha, 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 ha. Danke, Rainbow. Ich nenn dir jetzt einfach mal so, ich mach das Ganze mit. Und so schön Nico auch hören kann, er hat's einfach ignorieren. Thanks, Mister. No, Dr. Pint, Sir. Was heißt er? Senior, oder was? Egal. As I swear, I'll get those Pints back. Me and New Red Kaiser here. I'm sure you will, young man. Their hideout is Miyashita Park. Wo weißt du das? Mann. Okay, Punkte. How do you hide out in the park? Moment, Miyashita Park. Da oben ist zwar eine Karte. MR. MR, das ist irgendwas anderes, das ist kein Ort bekannt, sondern das finde ich scheiße. Das hätte man hier einfügen können. Und ich glaube, ich werde gleich angeschrieben. Aber das ist egal. Ich sollte auch sowieso öfter mal das machen, weil ich Schweine ein neues rumdingsen kann. Und das wäre schon schön zu wissen, wo was ist, weil ich keinen Bock habe. Huuuuhh. Ich ständig was zu machen. Ja, wir können ja immer noch nicht. So, jetzt darf ich erst mal Miyashita Park suchen. Ich weiß, ich habe gerade keinen Einheitspunkt, wo das sein könnte. Open up your senses. MAMBU! So, hier ist es dunkel. Hier ist etwas, was wir eigentlich immer bekommen würden, weil hier ist es always dark. Und ich drehe irgendwie durch. Oh, hey Pin-Professor. Pin-Professor? Is he friend with Dr. Pin? I just call him that because he knows all about pins. He's not like your delusional Mugga-Friend. Wow, you know all about pins? A bit. See, first of all, warum spring... Der Text... Hallo? Hallo? Danke! Ich hasse das. Irgendwie will ich gerade protestieren wegen dieses Text. Sieht mal zu, dass ihr das irgendwie selbst lesen könnt. Ich weiß gerade auch nicht, was da drin vorkommen ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwann in der Zukunft wissen werde. No. Stupid kid got him started. No, he won't shut up for at least three days. To my light. So viel Zeit harmonisch. Hey, Professor. Show us... Your latest fave. Yeah, I'd love to see the best pin, Professor. Sure, guys. Hey, if you can beat me, Neku, I'll give you one. It's super rare. It's super rare. Seriously? You better win, Blue. And then win, yeah. Ich werde verlieren. Das ist ein Pin-Profit. Puh, ich habe gerade in die umgekehrte Richtung gedacht. Zu lange nicht gespielt, ey. Verdammt, da wollte ich ja gucken. Die Hwad war in der HAIR ON being hurt. Yaaaay. Wir sind so phijly!!! Von wie seyyyyyy. chn query nicht. Oh, das klingt das hier aber auch gerade selbst raus. So wie ich jetzt fast nochmal. Spaß. Ja, jetzt ist mein Akku, ich steck Puh, ich kann hier nicht pausieren Scheiß Akku Ich spame jetzt die Nadel, tu meinen Akku rein Treffe den sogar, wenn ich nichts sehe Und treffe den jetzt nicht mehr Ja, genau Ja, ich bin grad schlecht geworden Nicht nur grad schlecht geworden, ich war immer schlecht So Ich meine, ich hab mich zweimal selbst rausgekickt und sowas Und sowas Du bist da drin, das war Weiß ich nicht, wo bist du, Typ? Ich sollte drauf hin, durchzudrehen Da, wo warst du? Du bist von rumgekommen, wo warst du bitte? Oder hast du andere unsichtbar Felder? Oh, da Der kriegt sich selbst raus Nett Okay, jetzt hat es abgelaufen Aber erst mal stirbst du noch Da, hier So Das war fair, aber trotzdem Ich schreie zur Führung Naja, so viel ist das Ich glaube, ich war noch nicht mal so schnell Ja Ja, du wonst Almost had you Well, here you go guys This is your top pin, Professor I can't see why It's sparkling I talk to MS, I polish them every day Pins are a guy's best friend Gotta give him love, right? Schluck auf Schluck auf Wow, pin, Professor Such wisdom That's actually kind of creepy I start taking to mine too Talking Oh, thanks for the hot tip Oh, and when you go to polish your pits Be careful what sort of cloth you use Okay There's the world blah 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 Ich glaube, es gibt einfach nur weil es blablabla ist, er hört mich auf zu reden Der dreht ja noch mehr als ich als Wasserfall Nooo He's winding up Uh, yeah We're looking at five straight days Sorry, Professor Really busy, gotta bounce Tinpin Shiva The powerful top test Tinpin with the cool design worthy of his, eh, its name is saying The ice queen, rapper 3, tap enemy space to activate her Psyche Okay, he's not yet there And I want to know Girls in the forms Yeah, I know what I've actually achieved And we're looking for Miyashita Park And that's the Prince, with whom I don't know I don't know I don't know There's, I don't think I'm going to go to this Saka No I don't know But here is it I will not play with the Tinpin I will not play with the Tinpin Yay Saka has been seen Oh man, I'm good Nein Okay Miyashita Park Das darf ich nicht vergessen Oh, lo, 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 Miyashita Park Ich weiß nicht, wo das ist Ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle Wir sehen uns das nächste Mal Bis dahin, viel Spaß Tschüss Und ich bin vor Miyashita Park Falls keine Sequenz I don't know Mit pas aus Mirashita Park Und ich gebe mich Ich gebe mich Y'all Ich gebe mich Und ich Cart Und ich gebe mich Und ich habe mich Und ich gebe mich